Hallihallo Grobi hier. So, jetzt sind wir mal wieder bereit uns mal wieder zu blamieren. Wir spielen Phasmophobia und zwar für fortgeschrittene Spielkarten in Edgefield Road. Mit von der Partie ist unsere Dana und unser David Rostock. Schaut doch mal beim David rein. Ansonsten würde ich mal sagen, ein Abo wäre nicht schlecht, Daumen nach oben wäre mir recht, Daumen nach unten. Ihr kennt mich ein Feedback in die Kommentare, man kann nur besser werden. In diesem Sinne habt Spaß und mal sehen, wie wir uns heute schlagen. So, jetzt habe ich mal wieder alles angemacht hier und jetzt können auch die anderen ruhig labern. Ja, das war der David. Wie gesagt, schaut auch mal bei Ihnen hinein. Und Dana? Dana hat kein Internet mehr. Wo ist Dana? Ah, okay, alles klar. Bin ich jetzt blind? Da, stream. Ja. Den Ton an, den Ton an. So, jetzt sollte alles an sein. Und live. Live on the air. Theoretisch. Ja. Bild ist da. Das ist wunderbar. Jetzt ziehen wir das Fenster noch ein bisschen drauf. Oder packe ich das vielleicht sogar auf die Seite. Quetscht da so ein bisschen. Ja, OBS hat ja ein Update gehabt. Da muss man wieder so ein bisschen alles sich zurechtrücken. Aber so, jetzt haben wir's. Also, ich finde auch, dass der Update von OBS ist das für blinde Lock gemacht, ne? So, ich bin mir da. Das glaube ich noch. Ja, diese beiden. Äh, diese beiden. Äh, diese beiden ist auch vom roten Bereich. Das war ja schon ein bisschen. Warte mal, da muss ich ein bisschen runter machen, ja. So. Weiß nicht. Vielleicht haben sie jetzt angepasst, für die, die, äh, ja, ähm, einen riesigen Curve-Monitor haben. Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, Moment, ich muss da doch ein bisschen. Das geht doch in den roten Bereich. Ich hab doch die Filter aktiviert. Was ist denn da für'n Scheiß? Moment. Filter. Raus, Unterdrückung, raus geht, Expander, Kompression, Dreiband-Equalizer, Echo-Monster-Stimme. Hab ich alles drin? So, dann machen wir hier einmal Ich müsste, wie gesagt, Leute, vielleicht könnt ihr ja meine Kommentare reinschreiben. Ich weiß nicht. Ich hab mir hier mal Stimmchen in den OBS reingemacht. Wenn ich dann auch diese Tasten betätige, wo die Stimmen drauf sind, äh, geht das zwar in den Spiel rein. Man hört das nachher im Video selber, aber die Leute, die mit drin sind in dem Spiel, also in dem Mehrspieler-Modus, die kriegen das gar nicht mit. Vor allen Dingen auch nicht im TS. Das ist schade. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Vielleicht kann mir da einmal einer helfen. Keine Ahnung. Ich frage ja den David ja nicht mehr, weil er hat sich ja beschwert, weil ich ja immer angeblich immer ihn fragen, wenn irgendwas Neues ist. Aber was soll's. Aber jetzt fangen wir erstmal mit der Edgefield Road an. Habe ich jetzt oft Bereitschaft, wieso geht denn der da hin? Äh, ist ja vorhin der Edgefield Road an. Hauen wir mal, der falsche EMF ist drin, den sehe ich gerade. Oh, dann gehen wir eben schnell hier raus. Ah, du, Dana muss ja eh auf Start drücken, ne? Ja, muss man ja einmal das EMF rausnehmen, das alte. Wäre ich? Ja. Moment. EMF, Bewegung, sein Niveau ist EMF. Links, oben, rechts, Feuerlicht, also ganz oben rechts. Ja, da kann ich verkaufen, ne? Und eins von den neuen rein. Das habe ich ja nicht. So, ja, aber ich habe es. Kann ich den, warte mal, EMF kann ich doch, ach so, ne, geht nicht. Okay, doch, verkaufen. So, ich habe EMF verkauft. Dann gehe ich jetzt wieder rüber. Alles klar, jetzt auch bereit. So, und jetzt geht es los. Ja, wollen wir mal sehen, wie weit wir kommen. Wie alleine im Truck. Komm, ey, das geht mir auch um, sagt er, hier, das war, bist du eher da, na, da ist doch immer normal, ey. Ja, nicht daran, dass ich meinen Rechner sauber gemacht habe, dass ich bin schneller. Ich habe mein Auge letztens ausgesaugt und alles den ganzen. Ja, ich habe es alles rausgesaugt. Nein, nein. Alles rausgeschluckt. Oh, jetzt sehe ich mir noch so ein paar kleine Leckerchen rein, die eine Leckerlänge haben. Erreiche eine durchschnittliche Tentity von unter 25 Prozent. Oh, da war jetzt zu... Oh, weil wenn du das Kruzifix um den Geist nach an der Jagd zu hindern, dann zeichne ein paranormales Geräusch mit dem Parabol-Mikrofon auf. Ja, das war das Übliche. Oh, ich habe gerade einen Hänger gehabt, einen kurzen. Mhm. Hänger noch? Mhm. So. Ja, da geh mal rein, ne? Ja. Open the door, liebe Dana. Nee, ich hab doch. Warum ist eigentlich... Das hier alles so... Der rechten Maul, äh, linken Maul, das muss man machen, liebelein. So, was stört mich wieder? Meine Streamlichter stören mich wieder. Die blenden mich wieder. Moin! Moin, Moin, Zimmer-Service. Oh, guck mal hier. Hier ist dieser Kode, dieses Spieluhr. Da habe ich mal was von gehört. David. Ja. Wenn du die in der Hand nimmst und abspielst, hast du sofort ein Problem. Und so. Bitte nicht, lass es. Können wir zum Schluss machen, wenn wir wissen, was es ist. Wenn man nichts wissen oder so, dann kann man das mal machen, ja. Also, ich hab's mal gesehen, unter ein paar YouTuber. Und, äh... Also, auf jeden Fall Küche, Bad, ist wieder ja. Ich guck mal, wo ich den Stromkasten finde. Dübel auf, leichter Mund. Ich hätte vorher gucken sollen, wo der Stromkasten ist, äh. Da ist nix. Aber hier unten im Keller habe ich Mund ohne Ende. Ja, ich auch hier oben. Ja, das ist... Ah, hier ist der Stromkasten. Okay, Strom ist da. Bitteschön. Das ist noch kein Beweis für nix hier. Naja, das stimmt. Weil Garage steht die Tür auch leicht, leicht auf. Ja. Und oben auch im Bad, statt die Tür auch ganz weit auf. Haben sie, glaube ich, gefixt. Ja. Kein EMF passiert. Ah! Okay, der ist oben. Der ist oben. Der ist oben. Danke. Wir gehen nach oben. Bist du tot? Ist der am, 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 am handen oder was? Ja. Oh ja, oh, 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 4, 4, 4, 4. Kommst du runter? Naja, am handen ist er nicht, der zeigt sich nur. Äh, ich bin raus. Weil die Tür ist ja auf. Der ist hier oben im Bad. Alter. Oh, hier oben im Bad. Ja, ich muss mal hier rauskommen. Nein, der ist schon wieder am handen. Alter, hau ab! Oh, hier, den Druck. Oh Gott. Wo ist er denn? Hier geradezu. Denn, wenn wir die Tür aufmachen. Oh, vorher. Gefrier-Temperatur, ja. Ich sage, oh, ich geh raus. Ich geh raus. Gefrier-Temperatur. Oh, 5, 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 5. Jetzt finde ich wieder hier nicht rauch. Oh, das ist er Knochen. Nicht, aber gefrier- und 5, 5. Er scheint sehr, sehr aktiv zu sein. Ja, ich gehe aber erst mal raus und gehe. erstmal mein büchlein ms5 und gefrier also haben schild ohne die zwillinge jetzt gehe ich mal gucken auf ultraviolett ist der chin geister buche chat dort haben wir ohne geister ort haben wir gar nichts brauchst du gar die reingucken und geister boxen zwillinge okay was geht mit uns nur wenn der kurze fix schon mal kurz fix das brauche ich ja nicht mehr das habe ich ja jetzt drin und eigentlich die lampe ist ja kaputt gestrottet da muss man mal ein kurze fixe hinlegen bist du hier das eigentlich auch unterschied der ist der box hat wiederhole aufgeleuchtet aber keine kein wo ich schon mal hast du mit uns regen hat er was angepackt oder so weißt du das okay dann bin ich gut reagiert auf einzelpersonen auf 1 ja gut dann ist david dran wie alt bist du da bin ich schon mal dort eine spieldose dass die bad tür angefasst also hat es einmal mitbringen ja warte ich so hier macht die kamera mal eben weg dann nehme ich ultra mit er ist mehr am rumpen rand an die er hat die kamera hat und geschubst ja das mal gucken hat auf jeden fall berührt jetzt nix aber ich werde man dort reinschmeißen da aber ich muss ja die kamera wieder irgendwie stelle ich die kamera jetzt hier vorne halt hin ja meinst du was denn noch angepackt hat und radio hat er gerade angemacht wo ist das also er will scheinbar doch über geister box kommunizieren also ultra ist nix ich stelle mich immer aufs bett drauf bist du hier hat wieder nur kurz rot aufgeleuchtet und hat mich dann mit einem schuh beworfen kannst du reden ich gehe mal raus dann und dann der sich wieder mit dir ist ja einzelfall bist du ein einzelfall bist du ein einzelfall kannst du reden das haben wir den alten einmal einer kurze weg zeichnen ein paar anderen geräusche dem tag also kann man da dringend schnell mitnehmen ja das ist ja nicht willst du auf toilette alleine sein und rostag wieder der zweite weltkrieg oder gibt halt die türen zu aber mehr auch nicht das kruzifix gar keine reaktion ultraviolett absolut negativ gar nix gib uns ein zeichen also parabol ist auch nix die lampe blinkt immer sagt man mal vielleicht batterie also durch das mal dahin dann komme ich mit anderen ich bringe jetzt hat er jetzt hat es kurz die fix abgefackelt echt da ich muss ich muss ja mal bist du hier also ich würde eindeutig auf geister box weil jetzt hat er ja gerade wir einmal rot aufgeleuchtet also kurze fix hat ist jetzt angegangen gerade ja ist verbrannt geht mal raus die tür bewegt sich die tür bewegt sich ich bin bei dort angucken wo ist denn die spiel uhr ist sie noch da wenn man die map spiel ja wegen wo war die noch mal zwillinge also es ist halt schwierig das willige sind ja dann wirklich jemand zwei orten naja wir haben vermutet wir haben nicht gesagt dass er unten ist aber noch hier durchschnitt und fahren nur noch ja param sowieso geräusch weiß ich nicht habe ich den drei potter parat das ist ja macht sie immer nur auf und zu brauchen zu das ist eher sowieso poltergeist artig ne ja ultraviolet während den geister box geister buchlichen shade der prozent haben wir dann noch 33 der zwilling und dort wäre ohne gehen noch mal mit mit uv rein dann packt das buch mal hier in denen ins schlafzimmer rein weil im bad ist er weniger aktiv also dort kann man ausschließen dort kann man ausschließen weil man den gesehen hat also körperlich gesehen okay dort kann definitiv weg ultraviolett würde ich auch ausschließen weil wir haben jetzt mehrfach geguckt und da ist nix ja das stimmt das kann jetzt nur noch buch oder box sein oder zwilling entweder hat er mich jetzt gleich bist du ja ich habe nur noch fünf prozent wo bist du wo bist du da also ich habe mein potter parat nicht bei schweiz er hat mich er ist bis unten im wohnzimmer eingegangen also im flur bin ich ach man ich habe das nicht mehr gesehen ich habe erst gedacht er wird mir nicht mehr handen bist du hier wir sind freundlich rede mit uns ja ich gehe auf box geister box das wäre also wohl ich suche hier und verlieren ja ich doch jetzt die fotoknipse ne habe ich ja weiter nicht leider nicht mitgenommen weil es er handelt wie er handelt wieder wo ist der std nicht da kommt da der ist die treppen ohne jetzt geht er zu dir das geht da rechts er war am klavier ich will wenigstens noch foto machen das wegen versicherung aber dann kann es auch wieder kein zwilling sein weil er ist ja von oben nach unten gegangen so pass auf wir haben dmf und gefriert temperatur dann haben wir also ich bin auch mehr für geister box dann wäre das nämlich die zwillinge ja aber das warte mal was machen denn die zwillinge beweise geister gibt ja keinen sinn die zwillinge was auf schwächen sind die zwillinge interagieren oft gleichzeitig mit der umgebung stärke jeder der arbeiten zwillinge kann verärgert werden und einen angriff auf seine beute starten es wird berichtet dass diese geister handlungen anderer nachmachen die wechseln ihre angriffe ab um ihre beute zu von der das ist kein zwilling glaube ich nicht wenn man mal sogar mal sommer ja ich würde mal sagen wir nehmen mal buch war verbuchen müsste man jetzt mal hochgehen auf dem boden gucken du bist ein geist so wenn du jetzt reingehst dann nehmen aber ein paar tabletten da ja also hier einmal violett könnte rausschmeißen das ist nix da ist dort kann man auch rausschmeißen da ist der ort ist habe ich keinen gesehen und geister box ganz auch vergessen also ich tendiere mehr auf auf buch das wäre dann fixi fax mit wäre das also ein welt was macht denn ein schild so damen es ist schwierig es ist schwieriger einen schüchternen geist zu entdecken ein schild wird nicht jagen wenn er gesellschaft in seinem raum hat schild sind bekannt als schüchterne geist befindet man sich im selben raum mit dem geist werden alle paranormalen aktivitäten gestoppt aber wie war das denn jetzt waren wir nicht alle zusammen in einem raum und er hat dann angefangen zu handeln weil er jetzt eben auch gerade dann ist dann auch kein schild können wir sie dann nehmen wahrscheinlich doch zwillinge jane schmuddel wasser her da kommen dann immer zwillinge auch wenn es nicht wirklich hier nach zwilling aussieht gucken kann man noch mal was mit dem parabellos hören ja ja gut lauf 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 licht aus und weg laufen oder geht runter geht jetzt wieder zum klavier jetzt hat er sich doch noch eine kamera holen wollte ich jetzt glaube ich rufen die dana liegt unten hier ja aber die kamera liegt oben ja 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 das ist der beweis foto david du hast nur noch vier prozent der wird sich sofort knallen ich muss ja nur hier einmal so zing weiß foto und schüß ja alles klar mein gott also nehmen wir die zwillinge ja ja bin doch das stumpf also ich würde auch auf zwillinge jetzt alles geil kommen da macht als box hier buch ist nicht einmal zu legen und parabol also ich habe ihn gehört über parabol aber es hat scheinbar nicht gezählt als ein hand war ja auch mal diesen zwilling ist abfahrt naja die knuspertübe was hatte der oben dort doch dort aber wieder so sinnlos man hat ihn ja gesehen ja körperlich gesehen und dort siehst ja nur die rippse also die ja den körper umriss und nicht die den geist selber naja ist also hauptsache ihr habt allerdings bekommen hier versicherungs kohle kann kein kruzifix rein machen das ist ja viel wichtiger räucherwerk kann ich auch nicht rein machen ich muss einkaufen räucherwerk kaufen kaufen da sind sie auch kaufen einkaufen zwei tief haben wir genug sanity magazin sich auch wieder kommen oder war zwei bewegung sind so kaufe ich auch mal ein und da haben wir noch drei weil ich neun im messgerät geisterbuch okay ach so mf da war hat mf machst du das moderne rein david ne hab ich ja schon ach so ja ich bin ja bei einem jahr als klar jetzt weiß ich ja urze fix kopf ausrüstung räucherwerk 1 2 abode weil die zögerung die so übelst krass hier weil sie und zwei sensoren statt tief zentimeter begann 234 aber hat nochmal zwei bewegung sensor noch zwei sind aber genug feuerliches genug die spielkamera das wäre bestimmt wieder so ein objekt für die sommer die sommer dings hier ja die sommer schränke naja ist das alles klar 25 grad in der hütte ist gewundert ja das erste war die zeichne ein paranormales geräusch mit dem parad sowieso auf werde zeuge eines geistes ereignis und finde mit dem ems messgerät beweise für die über natürlichen alles klar ohne habe ich ohne wie hast du dich denn an ich habe sag mal was ja ich habe ich habe tonstörungen und habe ich denn jetzt schon wieder wann ist denn jetzt schon wieder los hier aber zumal ich muss mal eben nachgucken meine maus ja ich weiß jetzt nicht woran das jetzt schon wieder liegt das ist doch echt zum einstellen aufnahme schon mal gehabt irgendwie im spiel musste ich dann in sound irgendwie ändern und dann wieder mikrofon das ist dann jetzt schon wieder los ich weiß ja niemand habe ich so aufnehmen das kann doch nicht sein was ist denn jetzt schon wieder los das ist doch recht was ist denn schon wieder los hier wieder so ärgerlich ich kann ich kann Vielen Dank. Moment. Mensch, das ist doch ärgerlich. Das ist doch wirklich ärgerlich. Das kotzt mich so an, Leute. Ich muss abbrechen. Ich habe hier komplette Störungen. Warte mal, vielleicht kann ich hier was ändern. Warte mal, Audio. Standard. Das ist doch ein keiner Reaktion. auf Ghost Meter, so, schon wieder in die Tügel laufen, so. Die Tügel hat die tiefste Temperatur. Oh, hier unten das Ghost Meter, ja vermutlich schon, weil hier liegt ein Hammer auf dem Boden. Irgendwas ist hier wieder nicht in Ordnung. Keine Reaktion auf Ghost Meter. Für mich überhaupt? Ja. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aber hier habe ich ein Problem. Sprechen klar und deutlich. Sprechen klar und deutlich. Ich werde das mal rausnehmen. Anwenden. 1, 2, 3. Nee, nee, nee. Anwenden. Nein. Anwenden. Ein. Komm, nee. So, hier, Wiedergabe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nichts messbares. So, 1, 2. Ah, warte mal. Wiedergabe, Standard, der hat sich hier verändert. Chat. Chat. Nee, immer noch nicht. 1, 2, 3. So, jetzt ist es wieder in Ordnung. Ich weiß nicht, was los war, Leute. Ich habe, der TS hat sich plötzlich verändert. Aber ich kann hier wieder nicht aufnehmen. Oh. Mach mal den Keller. Wenn ich jetzt, glaube ich, nichts machen, ne? Na, Kopfhörer hat's jetzt. Na ja, eindeutig, Keller 5. Hier im F5. Okay. Eine sehr starke Präsenz im ersten Raum. Ja. Aufnahme. Also unten hier, hier ist er definitiv hier so. Glaub ich denn auch, das muss auch Z gemacht werden. Ja. 1, 2, 3. Also entweder ist er hier oder er ist hier im Vorraum. Ja, dann. Ja. Er hat vier Probleme. Machen wir mal auf Standard. Test. 3, 5. Mach mal da. Mach den das nochmal. Mach den das nochmal. Ja. Ja. Da hat er die Temperatur runter. Okay. Schreibe. Schreibe. Die Temperaturen. Gefrier Temperaturen. Gefrier Temperaturen. Ja, ich kann im Moment gar nichts mehr machen. Ich habe irgendwie ein Problem. Und dann wird es bestimmt dort sein. Dann ist es mich doch oben. Das ist doch zum Kotzen, ey. Irgendwas stimmt mit dem TS nicht. Das habe ich ja gemacht. So. Bist du hier. Keine Reaktion auf Box. Wenn ich nämlich wieder auf die Swirlive Kopfhörer gehe, dann kommt hier wieder hier. Jetzt ist wieder da. Was ist denn mit dem TS? So. Ich kann wieder weiterspielen. Das ist doch nicht mehr normal, ey. So. Klär mich mal auf. Unten Keller, erster Raum. Also vorm Keller, ja. Was haben wir an Beweise? Gefriertemperatur und, äh. EMF 5. Ja, die auf Einzelpersonen. Okay. So, EMF brauche ich dann gar nicht mehr mitnehmen. Tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe da eine Roboterstimme gehabt die ganze Zeit auf einmal. Aber der TS hatte mir irgendwie ein Problem gemacht. Keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Los. Hast du Kamera reingestellt? Ja, ich bring da jetzt gerade ein Dot-Projekt an. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Zeichne Paramol und wer das soll gerne? Paramol sowieso nehme ich mal mit. Das ist Parasie. Hm. Hier hin. So. Ah, Dot. Ja. Ich schmeiße das Ding hin und der läuft mir direkt entgegen. Ich sehe nur deinen Hintern. Ja, ich habe ihn aber gesehen. Ein Oni. Okay. So, wieder ein Oni. Habe ich ja gleich zu Anfang gesagt. Das war eh wieder ein Oni. Ja, das stimmt. Mann, Mann, Mann. In der Küche ist noch der Knochen, falls du ihn fotografieren willst. Ja gut, den hole ich mir noch. Direkt vorne an der Küchenzeile. Ja, das kommt. Ja, ich komme vor Ort. Watt, 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 watt. Watt, 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 watt. Ist denn jetzt hier der Eingang? Vorne an der Küchenzeile saß. Naja. was können wir denn noch machen zeichnen ein paar holen auf und bürchen zu einem geister event ja ja ich selber in der wochen wir nur kruzifix hinschmeißen oder eine kerze auspusten lassen geister event ich mache parabol er kommt er kommt er kommt also sie erscheinen und hat sich danach geschnappt verstehe ich nicht warum sie warum immer dann also ich habe ich habe wir haben ja enttarnt belassen ja 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 habe ich gemacht ja wie gesagt ihr lieben tut mir leid ich hatte richtig tonprobleme vielleicht habe ich dazu haben nicht im obs system aber ich glaube schon dass ich da auch meine probleme hat und hier habe ich eingegeben ja keine ahnung irgendwann war mit dem test gewesen der hat sich plötzlich verändert die ganzen sachen uni ich hab den dort projekte und hat hingeschmissen und hast du so die knie gesehen das ist ja ja was mich hier unheimlich nervt dieses neue eingeben hier ein aber sehr gesehen wenn du das ist automatik befüllt machst ist ja kein geld habe ich kein kutze tics ich hab doch kutze tics gekauft eigentlich zwischen 24 24 27 werde dann erst der berg aber wohl immer ein als 2 weil sind so noch mal ein aktiv mal zwei aufs neue geisterform weil sie wieder das eigentliche standard ja los mieter weil da nicht die led sondern die geisterform wenn es antwortet aber ob das auch funktioniert werden wir dann erst sehen das hat mich jetzt geärgert diese roboter stimme das ist halt so wenn man externe programme nutzt die können dann auch mal stehen kann das stimmt und darum nutzen die meisten 23 programme sondern mischpulte mit verzehrer 12 da macht er auch nichts 1 weiter ok ein foto vom geist 25 während der wenn das kurz fix um den geister an der jagd zu hindern erreiche ein durchschnittliche sanity von unter 25 prozent und schieße ein foto vom geist also immer der mit dem mit und ein fotoapparate und der miles oder milz und er reagiert auf alle bekomme ich nicht hier irgendwie habe ich heute habe ich den wurm im computer ne moin also selbst mit kamera ist es ja also ich habe stromkassen gefunden in der auf jetzt hier ist wirklich dunkel das ist echt grausam weil man sieht ja gar nichts denn ja also ich brauche sehr dunkel weil sonst sehe ich hier kein ohr ach ich bin wieder draußen aber doch mal das ding an die hand ich habe es auch noch die zweite zweite bescheuerte etage heute ist bei mir der wurm drinnen ach nee das ist ja das das große fahren 20.000 stockwerk ja nicht weg das ist wieder so einer der dann ganz kurz vor feiern wieder dann seine mücken macht hier sind gefaltete handtücher ich denke mal dass das ein handtuch ist oder dach das blöd dachboden ist immer gefährlich sind so viele handtücher im boden auch wieder sich nichts kein kein ruck kein mund ja du hast bisher keine emf ausschläge ich halte die ganze drauf hier besser ist ja wenn man das licht am besten weil dann sieht man ob er da irgendwo das licht aus knipsen ja ich gehe mal hoch ich wollte mal den räumen wo ich kurz rein gucken wir mal kurz aus wo konnte man denn hier das licht an machen am dachboden aller gucken wir gucken mal gucken bist du hier uns ein zeichen mach mal das ist auch ein stück käse auftlicht ist aus die sicherung rausgehauen also der ist nicht für strom er mag kein strom war unten irgendwo der kasten ja ja aber jetzt erstmal hier rauskommen ja ich sehe hier nix ich Whoo da rein aus ich kann diese selber noch nicht mal ich ich komme hier nicht runter wo es denn da aus ja ich komme ja noch nicht mal runter ich sehe nix da die leiter treppe das problem ist ich finde den ausgang nicht als hat denn so dunkel er das ist doch nicht mehr normal eine güte mit einer klavier ja ich bin also okay weil ich suche den stromkasten wo war denn ja ja ich irgendwo hier die temperatur hier beim klavier beweise früher sonst haben wir noch nichts also gefriertemperatur das kennt ja schon mal einiges ein wo ist denn jetzt hier das war geister event also er ist definitiv hier aber ich habe ihn nicht gesehen 55 leute fünf ja eindeutig dicke fünf haben wir einen schönen chat ohne und die zwillinge wieder was haben wir denn was kann man denn noch machen ja warte mal können wir heute dort ja ich hole dort ja warte ich muss die kamera auf stativ packen weil ob es nicht zu sehen erst mal große fix holen ich weiß ich erst mal dahin heute ist das glücklich mit mir wo war das noch mal danach der geist hier geradezu geradezu hier ist das klavier ist ja hier am klavier da lege ich das kreuz das mal hier hin es muss ich legen wo ich bin gerade raus zu lecken bodenkrabbel aber immer noch nicht geschafft das schießt ein foto vom geist erreichen durchschnitt ja da haben wir noch einiges gut fix doch jetzt ist hier die macht kommen also irgendwie haben sie es nicht wirklich hingekriegt mit den taschenlampen es ist immer noch einfach grottig aber auch nur weil ich nicht nur bei diesem level hier ne ist aber ein leuchtturm auch ja ok doch der bringt gar nichts warum nicht weil ich selber aber da nichts sieht es ist doch genug so jetzt sieht man ein bisschen was also wenn die kameras stehen die dots die passen ok aber halt man erkennt halt auf dem monitor extrem wenig ja ja immer noch nichts geschafft man hat nächste kreuz drauf machen darf den monitor jetzt nicht aus den augen lassen also wirklich das ist wirklich kacka hier habe ich hier fotografiert oder nicht fotos ja ja habe ich da ist habe ich was was weggenommen also ich war da nicht dran also schließt auf den kotor haben wir erreicht schon wieder tot da an also wir haben das sind die erreicht jetzt können wir was fressen david heute müssen wir noch machen verwende kotze fix ja habe ich ja dahin getan aber ich meine ich hätte dort gesehen ist von rechts nach links gegangen meine ich auch jetzt und das wäre dann schon wieder eine uni das wäre echt super lustig wenn es jetzt schon wieder eine uni ist also gerade noch so eben so schäme auf links da ist ja da oder hat er jetzt mal hingeworfen da eine mitte hat sich was bewegt man kriegt halt nur raus indem man reinguckt reingeht und einstieg vor allem auch mit der ultravioletten taschenlampe weil das haben wir auch noch nicht ja ich gehe da jetzt einfach mal gucken ach guck mal kurze fix du bist der kurze fix was an ach so du bist hat ich wollte gerade sagen dass ich muss hier einmal aber die frage ist was soll er hier angedatscht haben genau da in der mitte von den ja genau da wo wir jetzt sind das hat er berührt irgendwas hat er auf den boden geworfen ob das buch da noch steht also er hat einen lüfter angemacht da habe ich gesehen ja aber keine legt mal das kreuzmeer da vorne hin die legen alle da vorne vom hier so am boden da na hier liegt da mal also die müssen wir auch noch fotografieren da hab ich ganz vergessen na 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 da hab ich noch mal ein bisschen salz mit wo liegt da direkt vor dir alles klar das ist ultraviolett würde ich eher ausschließen ja da dafür ist zu wenig zu wenig aktivität in dem Sinne man kann den dort projekte nochmal also den laser pointer ein bisschen weiter hier zur kamera hinziehen das ist ja ein bisschen du bist dass ich vor kurz sagen wenn wir dann nutzen wir noch danach taschenlampe hier wenn ich sie nehmen kann ne 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 leider könnte der ne 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 das hat mir auch noch nie gehabt dass das dreimal hintereinander ja ich weiß nicht aber also kurze fix ist leider nichts passiert aber das war die karte aber so ich hoffe da ja da ist bei der händler popo gerochen und peinten gehoben abgehauen okay dann auch nicht da initialisieren ja ich muss jetzt mal gucken wie meine aufnahmen geworden ist ja ohne da war ja geil jetzt was ist so richtig so an die am arsch da vorbei geschlüffelt abgehauen beitengehobene was habe ich hier geister box akzeptieren neue geister box 27 bis fotokamera digitalkamera könnte ich aber noch gott bestimmt auch wieder drei scheine das war mal wieder ja ihr lieben ein abo wäre nicht schlecht da oben wäre mir recht da unten ihr kennt mir ein feedback in die kommentare man kann nur besser werden und es tut mir furchtbar leid dass ich mitten im spiel diese tonstörungen hatte ich muss erst mal rauskriegen was los war um den fehler habe ich gefunden das ist der ts der hat irgendwie sein spürenzchen gemacht in den tonen und hat mir da ein streich gespielt ich will hoffen dass jetzt die aufnahme noch optimal geworden ist ansonsten würde ich sagen ob noch einen schönen dach ist demnächst euer groby und schaut mal bei david rostock rein tja so 56 minuten das sollte auch schon wieder erst mal reichen in diesem sinne bis zum nächsten mal wenn wir wieder geister haben wir das ende vom gelände